Mein Salzfurti-Weli mit dem Beissack wäre jetzt wieder gut. Mit dem Fisch für eine 2cm Neoprene. Ja, wenn es mal da oben ist. Ja, wenn es mal da oben ist. Es gibt auch im Mut Regenwurm. Die ECCO in Verbindung mit den Eisvögel. Die Kombination für nachhaltigen Erfolg. Eisvögel heisst, wenn sie immer einen Ranzen freut. Jetzt weisst du warum? Das ist so leicht.